Hallo Moinsen, zum zweiten Teil dieses Dreiteilers und damit auch ganz klar hoffentlich schon den ersten Teil gesehen mit Freiburg und der Thematik der Fanproteste, DFL und so weiter und so fort, was sich aktuell so bewegt hat. Und jetzt kommen wir zu den VfB-News, ein bisschen Mischmasch, ihr kennt es ja, aber ein bisschen auch versucht und mich bemüht danach, ein bisschen in die Sortierung reinzubekommen. Wir fangen an mit Stuttgart International, weil da muss man ja auch sagen, selbst die letzten zurückhaltendsten, sag ich mal, kommen glaube ich nicht mehr drumherum. So die Chancen, dass das hier auf Europa rausläuft, Thema Elfenberg auch, das wird in der Champions League enden, die sind so hoch, da kannst du eigentlich gefühlt nur drüber lachen, weil es immer noch so, irgendeine Form noch surreal ist, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber selbst so Phasen wie Gladbach, Bochum jetzt überwunden und so, das ist schon alles brutal stabil und es hat schon einer auf Twitter mal ausgerechnet, sonst hätte ich wahrscheinlich auch getan. Ist ja auch so ein Ding, was mir Spaß macht. In den letzten 10 Jahren hat man für Platz 4 im Schnitt um die 60 Punkte gebraucht. Für Platz 5, was ja vielleicht auch sogar schon für Champions League reicht, aber wir denken mal noch EuroLeague, ist es 55 Punkte im Schnitt. Für Platz 6 sind es 52 Punkte und aktuell haben wir halt 40 Punkte schon. Das sind noch 12 bis 20 Punkte, Platz 6 bis Platz 4 aus 14 Spielen. 20 bis 12 aus 14 Spielen für EuroLeague oder eben Champions League. Da müsste man echt schon spielen wie ein absoluter Abstiegskandidat, um das noch zu verkacken. Also rein in den Saison-Einsport mit einem Grinsen im Gesicht, mit Vorfreude, mit Genießermodus rein da. Und der Player of the Month, wohl wieder nominiert für Spieler des Monats, hat er auch schon mal das Ding gewonnen. Diesmal für den Januar, also bis zum Leipzig-Spiel. Freiburg noch nicht mit drin. Falls ihr es nicht getan habt, gerne abstimmen. Wir haben immer alle Links im Sammellink in der Videobeschreibung. In jedem Video natürlich auch. Unter anderem muss Jalla Klopp-Fülko auch mit dabei in der Abstimmung, deswegen gerne mal abstimmen. Freut mich sehr für ihn sowieso. Also geiler Typ, darüber reden, auch schon geäußert, dass er im Sommer wohl bleiben wollen würde. Wenn wir eben die Option ziehen, muss man auch sagen, klar, ist viel Geld und so. Und er ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber in der Verfassung, wenn er so bis Sommer durchzieht, Nationalspieler wird, musst du das Geld auf ihn werfen. Wenn du Europa League spielst, Champions League spielst, du musst das Geld auf diese, du musst die Koffer ziehen, die Koffer ziehen. Fertig aus. Auch ein geiler Clip von ihm aus dem YouTube-Video. Frage zu, wie er generell zum Wechsel nach Saudi-Arabien steht. Nur ganz grundsätzlich, ohne dass es irgendwelche Gerüchte gibt oder sowas. Aber ich habe gesagt, nee, was ist das? Ich will im Fußball was erreichen. Auch das ist eine geile Aussage auf jeden Fall. Hat auch keinen offiziellen Instagram-Account. Kam auch nochmal vor kurzem raus. Und sowas halt. Geiler Typ, geile Interviews. Verstellt sich nicht und liefert eben auch auf dem Platz sowas von ab. 17 Ligaspiele, 13 Tore schon. Die Marke eben in den 1.17 gelang zuletzt. Horst Rubesch, 1975-76. Das ist ja auch lange her, dass ein deutscher Spieler oder generell ein Spieler so eine Marke hinlegt. Der liegt gerade ein Scorer alle ca. 65 Minuten hin, wenn ich es richtig gerechnet habe. Was der absolute Vollwahnsinn ist in der Bundesliga. Da kommen ja noch fünf Assists oben drauf. Nagelsmann soll ihm schon eine Nominierung zugesichert haben. Und das muss ja auch. Ab in die Nationalmannschaft. Robert Schliens, die 100, hätte Erfolg gemacht. Wäre am 3. Februar 100 Jahre alt geworden. Natürlich einer, den ich nie gesehen habe live. Ganz klar, ganz weit vor meiner Zeit. Aber natürlich mit die größte VfB-Regel, die es wahrscheinlich gibt. Deswegen auch da auf jeden Fall die Erwähnung wert. Spitzenreiter in Sachen Tradition schließt daran eigentlich perfekt an, finde ich. Weil der VfB ist tatsächlich der älteste Verein der aktuellen Bundesliga-Klubs. Wusste ich so auch nicht, hatte ich so auch nicht auf dem Zettel. Mit 18,93. Da hinterher kommt dann Darmstadt mit 18,98. Habe ich so gar nicht auf dem Zettel gehabt, aber eben die Statistik gesehen. Ich glaube vom Sportschule oder irgendwer hat es gepostet auf Instagram. Ito. Hat man schon das Thema. Ito, Al Nasser. Schon mal angesprochen, dass die wohl die Klausel gezogen hätten. Die 30 Millionen, dass die wohl aktiviert wurde. Auch schon. Hat die Bild auch mal berichtet. Oder dann wird bestätigt nochmal. Eben von Al Nasser, vom Ronaldo-Klub. Aber jetzt ist wohl noch ein bisschen mehr drin gewesen, laut dem Kicker. Die wären nämlich wohl bereit gewesen, 9 Millionen drüber zu zahlen. Also 39 Millionen. Absolute Wahnsinnssumme. Ich glaube auch Safe-Rekordsumme beim VfB. Söse müsste ja Gommis gewesen sein. Oder Pavard mit diesen 30, 35 Millionen jeweils. Absolute Wahnsinnssumme. Und das eben wohl, weil so berichtet der Kicker. Weil die Ausstiegsklausel wohl erst im Sommer zieht. Erst da möglich ist. Das heißt, im Winter war Thema frei verhandeln. Deswegen auch da 9 Millionen drüber. 39 Millionen. Aber Ito hat ja abgelehnt. Und der VfB in dem Sinne natürlich auch dann absoluter King. So muss das auch. Auch er. Selbes Mindset wie Undaf dann. Will als junger Spieler in Europa erstmal bleiben. Was reißen. So ist das auch richtig und wichtig. Gehralte haben wir auch schon angesprochen. Wäre auch dick nach oben geschossen. Auf bis zu 9 Millionen aufgestockt. Ito hat Nein gesagt. Bleibt absolut grandioser Typ. Silas 20 Millionen. Das ist so ein nächstes Transferthema. Wo ich auch letztes Mal schon gemerkt habe, dass es ein bisschen ein Thema ist. Wo andere andere Meinungen haben. Sag ich mal so. Weil Silas eben auch so einen absoluten Fan-Deeping-Status hat. Auch völlig zu Recht. Aber Thema Silasabgang ist nochmal am Deadline-Day heiß geworden. Kam noch was dazu raus jetzt. Auch darüber hinaus. Laut Sky, Plettenberg. Transfermäßig. Angebot im Winter gab es. Fullham. Laie mit 20 Millionen Kaufpflicht im Sommer. Das sind die neuen News dazu. Die neuen Infos. Was der VfB halt wollte. Wollten keine Laie. Sondern wenn sie sich das abgeben müssen. Wenn sie dann noch so knapp davor abgeben müssen. Oder sich das vielleicht überlegen würden. Dann hätten sie gerne die 20 Millionen direkt gehabt. Sie hätten im Winter 20 Millionen gewollt. Nichts da mit Laie und Kaufpflicht. Aber zeigt auch das. Dass sie so nicht ganz abgeneigt waren. Weil sonst sagst du ja nö überhaupt nicht. Aber wenn sie sagen ey. Werden die mit 20 jetzt gibt. Dann vielleicht. Und ich meine. Wie könnte man auch. Jetzt vielleicht ein Thema. Wie gesagt. Was ein bisschen kontrovers. Das ist das Wort. Was ich vorhin nicht gefunden habe. Ein bisschen kontrovers ist. Vielleicht aber auch nicht. Gar nicht so kontrovers wie ich zumindest finde. Nach meiner Meinung. Weil 20 Millionen für Silas. Wie gesagt. So gern man ihn hat. Fanliebling. Seine Story bei uns. Identifikation. Das mit dem Namensgeschichte. Natürlich auch der VfB. Viel auf ihn zugekommen ist. Er ist uns natürlich auch viel. Beidseitig quasi. Er für uns mit der Leistung. Als Fanliebling. Und so weiter und so fort. Er natürlich auch uns. In dem Sinne. Ja. In der Schuld. Oder wie immer. Auch dafür. Nicht die richtige Formulierung ein. Aber ihr versteht glaube ich. Was ich meine. Mit der ganzen. Ja. Altersgeschichte. Und so was. Und so weiter und so fort. Da ist einfach eine besondere Story hinter. Hinter Silas. Und dem VfB. Er hat er auch absolut abgeliefert. Ne. 20, 21. In der Saison nach dem Aufstieg. Shootingstar. Und so weiter. Aber auch da. Er ist eben gerade wichtig. Als Einwechselspieler. Klar. Mal gucken. Ob jetzt irgendwie. In einem Leveling. Und so was. Vorbeikommen würde. In der Startelf. Aber jetzt nicht. Unabdingbar. Würde ich mal behaupten. Und klar. Jetzt ist es auch ein bisschen besser geworden. Ein bisschen eiskalter geworden. Aber auch. Da wieder Szenen dabei gehabt. Wo jetzt. Dinger wieder aus drei. Vier Meter. Irgendwo. Acht Meter übers Tor schießen. So was. Also. Worauf ich hinaus will. Wäre einer. Den man. Den man glaube ich. In dem Sinne abgeben könnte. Der in dem Sinne sportlich. Nicht der Riesenverlust wäre. Und was eben der Haupt. Das Hauptthema ist. Und das ich gerade so ein bisschen. Drumherum gelabert habe. 20 Millionen. Das ist Level. Gerasie. Ausstiegsklausel aktuell. Klar. Da würde er viel mehr wert sein. Aber ist eben aktuell. Seine Ausstiegsklausel. Das ist ein bisschen mehr. Als die berichtete. Undarfkaufoption. Das ist eine Mafropanos Ablöse. Das ist eine Endo Ablöse. Die wir haben. So haben wir bekommen. 20 Millionen für Endo. Das ist eine absolute Hammersumme. Das ist. Ja. Sehr hohe. Rekordhafte. Summe. Fast. Würde ich mal. Würde ich mal behaupten. Klar. Du brauchst natürlich Ersatz. Vielleicht Level den Kauf und dann ziehen im Sommer. Jugendspielern vielleicht eine Chance geben. Wenn man es so krass macht. Raimund, Paula und sowas. Du hast das Gerücht mit Kruda natürlich. Aber Sida ist aktuell 10 Millionen Marktwert. Aber auch davon abgesehen. Würde ich machen. Stand jetzt. Rückrunde kommt noch. Gucken, was er uns hilft. Was er zu leisten imstande ist. Wie es er ja sehr in den Startelf spielen kann. Und so weiter und so fort. Aber 20 Mio für den Silas muss man eigentlich fast mitnehmen, wenn es auf dem Tisch liegt. Typologischerweise auch nur, wenn er will. Ist ja auch klar. Du kannst ihn nicht vom Hof jagen. Ist ja ganz logisch. Du kannst mit diesen 20 Millionen gefühlt das schon und da verpflichten. Jetzt mal so ganz einfach gerechnet. Das ist halt schon ordentlich. Wie gesagt, ich vergleiche vorhin. Da ist halt, ich glaube, da stimmen auch die meisten zu. In der Reihe. Gerasi, Endo, dies, das. Solche Ablösesummen. In der Reihe ist Silas der, der am wenigsten von den allen 20 Millionen Euro wert ist. Deswegen ist noch ein bisschen hin, Spiele noch zu absolvieren, logischerweise. Aber vielleicht tatsächlich ein Thema, was noch mal interessant werden könnte. Dahoud für alle. Ist irgendwie auch komisches Thema, was da irgendwie aufkam. Weil Dahoud wurde jetzt von einer Klausel berichtet, die ich echt komisch finde. Wie gesagt, so eine Kaufoption nach der Leihe geben. Das ist schon berichtet worden. So 9 bis 10 Millionen. Auch in Ordnung unter Marktwert. Fair. Aber die soll wohl nicht nur exklusiv für den VfB sein. Das ist das, was so ein bisschen stutzig machen kann. Sondern eben auch für andere Klubs. Also wäre irgendwie eine ganz komische Klausel. Vielleicht steht die irgendwie dann in seinem Brighton-Vertrag drin. Nicht in unserem Leihvertrag. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da muss man einfach mal abwarten bis Sommer. Was da jetzt wirklich genau dran ist. Und ey, wenn er bei uns abliefert. Und das bei uns feiert. Dann ist es egal, ob noch andere die Klausel ziehen können. Dann würde er eh bleiben. So im weitesten Sinne. Und auch interessant, was Orderkicker berichtet hat. Die Leihegebühr für das halbe Jahr für ihn. Für Dahoud soll bei 300.000 Euro liegen. Also auch da sehr, sehr angenehm, würde ich mal sagen. Afrika Cup und Asia Cup. Auch da kurzes Update. Afrika Cup, Asian Cup. Neigt sich am Ende zu. Gerasi gegen Silas. Ging für Silas aus. Für den Kongo. Gerasi ist ja zurück mittlerweile. Japan gegen Iran ausgeschieden. Auch da. Ito ja schon zurück. Auch schon im Pokal gespielt. Zweiter Mitte-Favorit mit Südkorea. Ist im Halbfinale ausgeschieden. Also Yong jetzt auch neu frisch zurück. Kongo dann im Halbfinale verloren tatsächlich. Der aber nicht zurück. Sie ist auch nicht zurück. Weil da, was es nicht gibt beim Asian Cup, gibt es beim Afrika Cup. Nämlich ein Spielplatz 3. Ist am Samstag 21 Uhr. Da ist Silas natürlich noch mit vor Ort für den Kongo. Und zum Schluss noch 6.000 in Hoffenheim. Lieblingsthema von mir. Ich habe jetzt schon so Bock drauf, wenn es noch Ewigkeiten hin ist. Mitte März. Taubspiel 1830 in Hoffenheim. Aber da hat sich vor kurzem Hoffenheim zum Verkauf geäußert. Mit einer witzigen Zahl. Die gingen wohl von 6.000 VfB-Fans außerhalb des Gästeblocks aus. Also 9.000 insgesamt mit dem Gästeblock. Das kann es ja wahrscheinlich verdoppeln. Also die 6.000. Das werden ja wahrscheinlich irgendwie in die Richtung von 12.000 plus 3.000 im Ausgangsblock sein. Ich sage mal Minimum. Wie gesagt, es wird sowieso entgeil. Es wird ein sehr, sehr besonderes Spiel mal mindestens. Besondere Atmosphäre und so weiter. Kulisse sowieso schon oft angesprochen. Aber was nun neu mit dazu kam. Köln spielt dieses Wochenende in der Liga in Hoffenheim. Und die haben berichtet, gesagt, dass 6.000 FC-Fans, 6.000 Köln-Fans sich nach Hoffenheim begleiten. Wenn man da mal auf die Seite schaut, auf die Ticketseite schaut von Hoffenheim, sieht man in Summe so 2, 2,5 verkaufte Blöcke neben dem Auswärtsblock von Köln. Also Auswärtsblock sind ja so circa 3.000 oder sowas. Und da oben drauf haben wir 2, 2,5 Blöcke. Und dann sprechen die, natürlich auch in anderen Blöcken, die eben nicht ganz weg sind, aber dann sprechen die von 6.000 Auswärtsfans von Köln, die da mitreißen. Bei uns, auch wenn man da nochmal drauf guckt, da ist alles ausverkauft, wie gesagt, auch schon oft angesprochen, bis auf die zwei Stehblöcke von Hoffenheim. Das sind 17, 18 Blöcke, also das restliche Stadion. Aber so gesehen auch im Vergleich zu Köln, statt 2 eben 17, 18 Blöcke rund um den Auswärtsblock ausverkauft. Wenn Köln von 6.000 spricht, muss man bei uns halt 100% von 15.000 bis 20.000 ausgehen. Das wird der absolute Vollwahnsinn. Und damit am Ende angekommen von den VfB News. Nächstes Video geht weiter mit dem mitaktuellsten wahrscheinlich, Leverkusen und natürlich das Spiel gegen Mainz am Sonntag. Wir haben auch gerne hier überall eure Meinung in die Kommentare zu allem, was ich hier so angesprochen habe, in diesem kleinen VfB News Mischmasch. Schaut gerne in andere Videos rein, Teil 1, Teil 3 natürlich, jetzt hier noch Teil 2. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.